Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich weiß die Steuerung gar nicht mehr. Okay. Ah ja, stimmt. Hier waren wir. So. Wir haben glaub ich auch ne Waffe, ne? Hallo. Wie wehre ich denn nochmal ab? Ich weiß... Oh, ich muss mal gucken, wie ich ihn abwehren. Es tut mir leid. Äh... Äh... Wie wehre denn mal abwehren? Tastenbelegung. Äh... Rennen, Hallen, Nahkampf... Ähm... Wie wehre ich denn nochmal ab? Ich weiß nicht mehr, wie man sich abwehrt. Das ist gut. Warte mal, Tutorial. Äh... Nahkampf ausweichen. Halt den Links-Ding nach links oder rechts gedrückt, bevor der Gegner angreift. Achso. Okay. Alles klar. Also ganz simpel. Hau mal. Hau mal. Ich geh damit hoch. Das ist scheiße. Ich glaub ich sterb gleich nochmal. Das ist sonst echt kacke. Kann ich hier im Feuer laufen? Kann ich mich einfach verbrennen? Ich... Ich start nochmal neu. War das hier? Ja. Das war ja scheiße. Ja, wenn man länger Pause hatte, ist das immer blöd. Naja, gut. Aber jetzt geht's ja weiter. Jetzt, äh... Machen wir ja von vorne. Also. Let's go. So. Ich würd sagen... Der kommt ja jetzt. Genau. Alter. Oh ja. Ganz vergessen. Äh... Äh... Wo haben wir's denn? Ah. Da haben wir's. Mein Gott. Jetzt aber. So. Jetzt haben wir's. YouTube. So. Und willkommen natürlich auf YouTube. Hallo. Wir sind bei... Kalisto-Protokoll. Immer noch im Gefängnis. Und wissen immer noch nicht, was hier passiert ist. Was Phase ist. Wir schauen mal. Geht's jetzt? Liegt an Splitgate. Musst du die Einstellung nochmal ändern. Wahrscheinlich bei Splitgate. Naja. So. Machen wir mal offen. Mal gucken, wo's hingeht. Nach Narnia. Oha. Ah. 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 Medizinbereich. Bereich. Okay. Erreiche den Hinterausgang. Neue Aufnahme. Äh. Wie komm ich da hin? Achso. Äh. Daten. Wo ist denn die neue? Wo ist denn die neue? Ist das hier? Warte mal. Der macht das durch den Controller. Ich will das nicht. Der soll nicht durch den Controller quatschen. Ähm. Äh. Nein. Nicht Controller. TV. So. Was ist denn heute los? Voll der Wurm drin. Jetzt. Hier ist kein Platz mehr. Jetzt. Hier ist kein Platz mehr. Die Patienten standen nicht auf dem Gang. Er ist der Kampf vor einer Steuerung. Das wird einfach nicht auf. Wir verlieren die Kraft. Wir müssen alles zahlen. Aus dem Fall zum Versehen. Mhm. Hatten wir den schon? Ach, das war unser Freund, ne? Elias. Genau. Okay. Ich bin jetzt gar nicht sicher, was wir gerade aufgehoben haben. Naja, gut. So. Gucken wir mal. Es sieht alles nicht sehr schön aus hier, wenn ich das mal so sagen darf. Was hat er denn? War das mal ne Frau? Naja. Ich weiß nicht. Wie schleiche ich denn nochmal? Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie man sich heilt. Das kommt noch erschwerend dazu. Was? Da gehen wir also nicht lang. In die Dialogostik. Was? Diagnostik. Okay. So. Wo sind wir denn? Oh. Keine Arme, keine Beine, keine Führerscheine. So. Wo guckt er denn hin? Ist da was? Nö. Anscheinend nicht. Ich muss sagen, es sieht immer noch verdammt geil aus. Und auch die Stimmung ist echt super. Obwohl ich das nicht gut heißen mag. Was macht er da? Ich habe einen Handschuh von Ferris Caris gefunden. Ah. Ja, ja. Ich erinnere mich. Mach ich. Okay. Jetzt habe ich einen tollen Handschuh. Ich nutze L2X. L2. Sagste? Oh. Da muss ich erstmal üben. Hui. Eine Sicherung. Die nehmen wir mit. Wer weiß. Vielleicht finden wir wieder eine Tür. Ach. Wir sind ja immer noch auf der Krankenstation, ne? Stimmt ja. Für die Leute auf YouTube fragen sich jetzt. Hä? Warum fragt er sich denn? Ja. Bei mir ist jetzt ein bisschen länger her. Bis wir gesp... Äh. Seit wann wir gespielt hatten. Für dich vielleicht nur eine Folge. So. Gut. Also. Dann gucken wir mal. Das sind ja dann... Toll. Das sind ganz tolle Bilder. Sie wusste nicht, was los ist. Sie wusste nicht, was los ist. Sie wusste nicht, was los ist. Hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert? Ja. Kurz vor dem Ausbruch? Achso. Ausbruch jetzt im Sinne von Gefängnisausbruch. Okay. Ist hier irgendwas? Da liegt ein Pass oder so, aber den können wir nicht mitnehmen. Gut. Um. Was? Geil! Wollten wir ja sowieso mal sehen, ne? Einen Tod hatten wir ja schon. Da war, glaub ich, der Kopf weg. Jetzt der Arm weg. Mal gucken, was als nächstes kommt. Wie heilen wir uns denn? Äh... Ah, nach unten drücken. Okay, gedrückt halten. Alles klar. Gut. So. Dann wissen wir das jetzt auch. Das kennen wir schon. Äh, ernsthaft? So schlicht er noch zu. Ernsthaft? Äh... Und... Äh... ... ... Kötzack. Äh... 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 Ah, Alter, ist sehr eklig. Ich glaube, ich brauche eine Dusche. Sieht zumindest danach aus. Munition haben wir nichts mehr. Das ist gut. So. Ach so. Ja, klar. Natürlich. Konnten wir auch irgendwie rennen? Ah ja. Wir haben die Sicherung vergessen. Naja, egal. So. Das klappt ganz super. Was? Äh, Alter, was? Äh, wo kommen die her? Wo wollen die hin? Äh, das sind mehrere. Äh. Aua. Was? Ups. Okay. Wo hat der denn jetzt gespeichert? Oha. Okay. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall ein bisschen Muni sparen. Warte mal, ich nehme mal die Sicherung mit. Da müssen wir nicht nochmal zurück. Die dürfen ja eigentlich jetzt nicht mehr kommen, oder? Genau. Weil jetzt erst die Sequenz kommt. Vielleicht haben wir Glück. Mal gucken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, äh, warte mal. Okay, beruhig dich. Den schlag ich aufm Raum. Den hau ich ausm Raum raus. Und noch weiter. Oh, okay. Ja, komm mal her. Fettsack. Komm her, Fettsack. Wie der perfekt fliegt. Wie so eine Bowlingkugel. Das muss doch mal gut sein hier. Mann. Ich halte mich noch mal. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Gottes Willen. Ah ja. Gut. Kam der Zweite also auch. Und wir haben noch acht Schuss. Das ist gut. Äh. Hallo. Das steht aufgeschlossen. Ich möchte da rein. Okay. Dann nicht. Aufenthaltsraum. Oh, das klingt spannend. Akkusatz. Okay. GRP Batterien. Der GRP lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer GRP Batterie schnell aufgeladen werden. Wenn dem GRP die Energie ausgeht, während du einen Gegner oder ein Objekt hältst, wird er es fallen gelassen. Der GRP verbraucht, falls verfügbar, automatisch eine Batterie aus dem Inventar. Um die blaue GRP Energieleiste auf dem Nacken von Jacob aufzufüllen, also GRP Batterien können auch manuell im Inventarbildschirm verwendet werden. GRP Batterien können aufgehoben werden, in Beutekisten gefunden und von Gegner fallen gelassen werden. Das ist gut. Dann sind wir da schon mal schlauer. Da oben ist die GRP Anzeige. Kann ich, wie ist das Menü denn? Nutzen. Das ist ja eine ganz tolle Anzeige in seinem Nacken. So, was haben wir hier? Wir haben noch einen Akkusatz. Würde ich auch mal füllen. Warte. Ach, können wir gar nicht nutzen. Was heißt denn Sturz? Was, was heißt denn? Ach so, fallen lassen heißt Sturz. Natürlich. So. Äh, okay. Freie Auswahl. Ja, sehr schön. Wir können den Handschuh upgraden. Mögen die maximale Energiekapazität mit Nachrüsterweiterungszellen. Klingt gut. Kostet 300. Wir haben aber nur 232. Heißt also, wir sollten sparen. Oder wir kaufen was anderes. Was günstiger ist. Munition 120. Heilungsspritze kostet 500. Okay, eins kommt noch, was wir noch nicht haben. Oder zwei, bin mir nicht sicher. Sind noch Fragezeichen. Ach so. Was können wir denn verkaufen? Warte mal. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Energieumwandler. Das können wir, glaube ich, verkaufen, ne? Das waren ja, glaube ich, Gegenstände, die man einfach verkaufen kann. Gut. Wir sind also im Aufenthaltsraum. Aber so viele Leute halten sich gar nicht auf. Also. Oh, Gesundheitsinjektor. So, komme ich jetzt da rein? Nö. Hä? Hä? Muss ich irgendwas machen? Warte mal. Was ist denn unsere Aufgabe? Erreiche den Hinterausgang. Was leuchtet da oben bei Daten-Bios? Irgendwo haben wir was, aber ich weiß nicht wo. Nachwirkung? Äh, warte mal. Ja. 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 Und wir. Verstehe ich nicht. Irgendwie. Okay. Ähm. Ja, wir sind im Raum. Okay. Wir sind also im Raum und... Wir wissen nicht, wohin. Wir wissen nicht. Vielen Dank.